Was ist das, was wir tun? 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 Ja, du kannst auch nicht weiter. Ja, du kannst auch nicht weiter, ja. Du hast überhaupt nichts geschehen. Und vom Druck her, das sitzt, je mehr du bewegst, desto besser. Und die passierst einfach einmal, also wo man aufpassen müssen, das sieht man da. Das hat da herinnen diese Linie noch streng. Ja, die lässt du dabei stehen. Genau. Die kannst du nicht wegschleifen, aber alles andere kannst du dabei tun, was du willst. Weil du gar nicht angst. Ja. Jetzt sind wir eh schon recht weit fortgeschritten, gell Chris? Ja, es geht ruhig, du. Da wird diese Stufe eingebaut. Ja, es wird schön, das gefällt mir dabei gut. Gleich vom Prinzip her, ja. Und jetzt müssen wir das gerne mal, die, die sich da scheiden. Das kannst du mal gut. Ja, das muss schon zusammen kommen. Ja, aber das muss man das бесchen. Dass du gerne mal gucken. Ja, das geht nicht. Das das nicht. Das kann man dann nehmen. Ganz wichtig und eben meistens immer vorher lieber zuerst biegen und dann fertig schleifen, weil sonst wird das oft so knickig, das wollen wir nicht, weil wir jetzt dann noch einmal drüber schleifen, das sind solche, sag ich mal, eventuelle Flecken oder so. Du siebst genau, deswegen tue ich auch noch ein bisschen, wenn man jetzt mit Schwarzbeizen dann wird etwas noch besser sein, aber du musst halt überall einmal grösen sein und da wo wir nicht hinkommen, müssen wir halt wieder mit der Hand kümmern. Ja, na, die wär so schön. Der letzte Akt unseres Pfeifenexperimentes, Polidur mit Wachs. So, jetzt, Chris, was sagst du? Ja, lieber Ludwig, es ist unglaublich. So ein schönes Holz, so eine schöne Pfeife. Ich denke, wir haben sehr Glück gehabt angenommen in die Skizze, also wir haben uns sehr angenähert, weil es ist auch fast ähnlich, du hast sie vielleicht ein bisschen weiter runtergezogen. Genau. Aber ich habe ja die Linie so überzeichnet wieder, gell? Ja. Super, gell? Sehr schön. Sehr schön. Super, oder? Ja. Ja. Besser kann es nicht sein. Und von der Größe her geht es ja eigentlich auch ganz gut, gell? Sie wirkt nämlich, sie wirkt nämlich dann nicht einmal mehr so voluminös. Wunderbar. Und hat schon so etwas Organisches, oder? Soll ich mal bei den Fotos hängen. Super. Ist gross und lang, aber ist trotzdem handlich, he? Ja. Na, fein. Das heißt, du bist zufrieden mit unserem Werk? Sehr zufrieden. Das freut mich. Ja, super. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020